moin moin leute was geht denn damit herzlich willkommen zu einer folge minecraft serverplay wir spielen heute mal wieder jump league auf grummel weil in letzter folge ein bisschen fail war wollen wir mal heute gucken dass wir vielleicht ein bisschen was auf die reihe kriegen also im sinne von ich sag mal ein paar kills und so ja da steckt man natürlich nicht selber mit drinnen manchmal hat man pech manchmal glück habe ich auch schon gemerkt in jump league also zwar jetzt die letzte runde die da gespielt habe viele module geschafft nicht immer ein schwert rausgezogen das dann einfach pech würde ich sagen aber mal gucken wie es jetzt hier läuft das war schon mal fehl das war schon mal fehl kiste ist ich habe schon wieder kein schwert ausbekommen rüstung aber es ist das erste module noch haben wir ja ein bisschen luft bis nachher so die schweren module kommen und man nachher nichts mehr wieder kein schwert siehst du zwei entscheiden mit table dafür aber schon was das ist bekloppt eigentlich nur so module 3 module 3 ne warte machen wir den sprung noch ein schwer hat das ist ja schon mal was was war das jetzt gerade na was ist jetzt los na was was ist jetzt ein problem na hallo so pass mal auf so und dann so und dann so und dann so was wo war das problem jetzt keine ahnung so da machen wir ein paar sprünge hier also lange module sind immer doof wenn man da ein klein fehl mal macht dann ist vorbei gleich die kiste war nicht so der hit jetzt nein siehst du das habe ich gesagt dass das meinte ich gerade das ist so richtig bitter wenn man hier verkackt und zum langen das meine ich gerade dann muss nur mal einmal muss noch einmal nicht klappen der sprung ist schon ich mag es nur sagen module nicht ist so dem das sage ich ja die ersten sind mal die besten weil ich habe gerade schon wieder alter nein ich habe gerade so einen krassen sprung gehabt und dann mit einmal wieder nicht gesprungen das ist schon wieder die erste fall schon wieder spiel alles klar ich bin trotz der phase noch immer dritter krass so komm jetzt schaffen wir das modul jetzt hier so danke sehr schön oh ein halloween modul kiste ah geil das ist ja mal richtig nice steitschwert und kettenrüstung wie geil ist das denn das ist ja perfekt oh scheiße noch mal oh das ist ja alter das ist ja nice nein nochmal ja nochmal oh na komm aber steinschwerter haben wir schon das ist schon quasi der sieg wenn wir mich zwar jetzt auch nicht zu weit aus dem fenster lehnen aber das ist schon krass einfach so kommen wir jetzt schaffen wir das hier ok na so klappt das nicht hallo was ist denn das kompliziertes modul hier schon wieder come on danke achso ok oh ich mag so necksprünge nicht nicht dein ernst nicht dein ernst jetzt auch nein come on auch bitte aber wir machen so es geht nicht gleich da weil irgendwie schon wieder das im weg ist so ach was ist denn das das ist doch schon wieder ha wieso verlassen schon wieder alle leute das spiel was ist denn das für ein scheiß schimpfer naja jetzt einer der so ein bisschen equippt ist wie ich ok wahrscheinlich also besser als das wird er wahrscheinlich nicht haben weil ich grad was gutes rausgezogen habe tatsächlich oh scheiße spinnnetz oh mit spinnnetz oh das ist bitter warte mal oh ich hab das modul dein ernst nur noch zwei leute ist das denn für ein scheiß schon wieder warum hauen hier alle leute immer ab warte mal nur noch wir beide ernsthaft es ist wieder weird alter das ist grad ein komisches duel äh hä wie geht das wie geht das so splash potion of healing das war schon mal was da kann man ein bisschen was reißen also der zweite platte ist auf jeden fall drin genau so wie geht das jetzt hier irgendwie wie geht das wie geht das hä ich hab's irgendwie noch nicht geblickt zurück aber warte mal wo geht's jetzt weiter da ist ein block äh die dichtheiten sind die mutlösen richtig dreckig irgendwie okay okay also das ist wieder so ne so ne lowe jump league runde einfach weil ja komm wollen wir nicht mal versuchen es ist schade dass wir schon keine xp haben wir haben einen shunt mit der hüte alles klar oh mein gott so wollen wir mal ein bisschen gucken oh scheiße er sagt wow 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 als ob der mich hat kiki what the fuck war das denn alter was war das denn gerade steinschwert gegen holzachs verloren ja sehr schön perfekt wo ist er da hinten geh nur mit voll meinem leben rein na komm 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 den einen machst du noch ja okay ich bin voll live jetzt oh scheiße da kämpfe ich nicht und nochmal kill nice jetzt habe ich ein herz weniger oh scheiße oh jetzt hat er mich gebetet oh 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 nein oh gg oh das war jetzt gerade aber richtig böse alter hat er irgendwie nick gehabt irgendwie grad ist er noch Alex jetzt heißt er also enderror lol okay das war ja schon eine seltsame runde gerade also nichts freies hier schon wieder aber das war schon wieder so eine runde es war wieder so halbwegs es war wieder so halbwegs geil irgendwie erst irgendwie dachte ich mir so hm okay und dann schon wieder ja keine ahnung alle sind gelieft schon wieder wieso kann ich jetzt fliegen äh was war das denn jetzt gerade wieso konnte ich jetzt gerade fliegen mach dann nochmal eine runde keine ahnung im Moment sieht das gerade sehr schlecht aus hm ach dann gehen wir nochmal kurz in game 1 das war ganz lustig äh wenn ich in die runde komme das ist gerade nicht so jetzt komme ich in die runde was ist mit dem gomb ist aber wieder los hier ich nehme einfach irgendwas dann machen wir so ok auch nicht die map schon wieder auch hier gab es ja wieder keine schwerter man ja mit der angel brauche ich gar nicht als anfangen weil ich angel bvp überhaupt nicht kann eigentlich da bin ich extrem schlecht drin ein bisschen rüstung ah ich hab das ich hab die axt schon mal wieder sehr schön ich weiß zwar nicht woher aber ich hab auch irgendwie im video gemerkt die hab ich irgendwo da ist er da ist er da ist er da ist er aber mal zum brühen der hat irgendwie noch nicht so eine krasse rüstung tatsächlich wo ist er hin da ist er oh hi das war ein bisschen sehr krass sehr sehr dreckig irgendwie aber tja machen wir nochmal machen wir nochmal ok dann machen wir so noch ein bisschen und dann naja oh bisschen rüstung nice so und schwer tippie schwer an erster stelle ne ich hab schon Eisenhose ist besser hab ich auch schon was besseres ist der hier in der nähe der ist hier in der nähe schon muss ich mal aufpassen ein bisschen ist der hier ist der hier ist der hier ist der hier oh hat er gerade die ja gehabt oder wie was war das denn oh was hat der für ne Faffe alter der hat ne dia axt alter alter ich hab mich nicht verguckt ich hab mich nicht verguckt yo dia axt ok das hat alles klar gut dann nochmal gut dann nochmal jetzt so schon wieder hier man äh dia axt das war schon nicht ganz ober das sag ich so wie es ist Holz axt das ist meist die normale wooden axt ok ok ein bisschen gold ok so da oben ist er schon wieder ja mal ein bisschen mal ein bisschen gucken hier machen wir den jump wieder ist mir jetzt noch nicht oben abgekackt der hat sich gerade gar nicht gepärrt what the fuck man was hat das denn gerade was war das denn was war das denn was war das denn der spieler befindet sich hä hallo soll ich mit dir oder soll ich mit dir hm 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 also jetzt ok dann machen wir so alles klar weh das war ein bisschen verwirrend irgendwie soo mal kurz gucken hier ach das war ja das hier hm um ooook ok warte mal warte mal warte mal swiftness ok ich krieg dich ich krieg dich ich krieg dich doch nicht ich krieg dich doch nicht gerade habe ich das gefühl wo alter 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 scheiße was war das denn nochmal irgendwie dann machen wir so alles klar oh die map die hatte ich auch lange nicht mehr also das heißt lange nicht mehr ich glaube ich nehme ja hier noch ein voraus auf weil ich aber produziere naja so ist das halt nur essen und meine brustplatte ist auch sehr schön zufrieden gift haben wir nicht verständlich und ich werde es noch viel besser okay warte nochmal ach komm ich nicht ran egal machen wir so wo ist die eigentlich da ist er ja ich hatte ein steinschild gesehen ach shit ja ich kam gerade ein ticken zu schnell ich hatte er gerade ein steinschild gehabt aber naja so ist es halt was okay dann du so komm schon bitte 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 ja oh bitte 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 ach man ich habe gerade irgendwie nicht so ach jetzt ach nee es war er sagen jetzt kommen sie an wo ich tot bin aber es war er äh noch wer da part of match server aktuell kein server verfügbar man 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 es ist ja schlimm wir wollen doch match aber erstmal jetzt ist er weg aber ich nicht oder wie was ist das für ein bug schon wieder ich haue ab ja jetzt habe ich schon wieder keine sachen er ist weg ich irgendwie nicht keine ahnung ich das ist ein bug tatsächlich keine ahnung ja ist auch egal ich würde sagen das war es für die folge bis zum nächsten mal tschüssi ich paljon tschüssi 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 tschüssi